Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Sonne! Ey, Wackel, guck dir das mal an! Fungi, Fungi, Fungi! Das ist lustig! Das ist überhaupt nicht lustig! Pilze, Pfui! Oberpfui, wo kommen die denn her? Hat etwa jemand Sporenwit nach drinnen gebracht? Nie im Leben! Wir schaffen die Pilze besser raus, bevor Mom und Dad das sehen. Ihr wisst ja, sie wollen immer, dass das Zimmer aufgeräumt ist. Pfui! Oberpfui! Adios, Pilze! Das war der letzte! Kommt, gehen wir zum Frühstück! Ja! Frühstück, Frühstück, Frühstück! Gott sei Dank ist das vorbei! Sicher haben einige von euch bemerkt, dass es nicht lange dauert, bis aus einer winzigen Spore ein Pilz geworden ist. Sie sprießen nur so in Gansani-Patch! Bestimmte Pilze, wie zum Beispiel der Bovist, produzieren Billionen von Sporen. Andere, wie der Morchelbecherling, können ihre Sporen wie Raketen in die Luft schießen. Toll! Und ruckzuck hat man immer mehr Pilze, unendlich viele, 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 viele Pilze! Mr. Mantis, im Hohlenbaum ist ein Notfall. Bitte beeilen Sie sich! Was ist passiert? Meine Güter! Na, dann kommt mal alle mit! Was ist denn bloß los? Hilfe! Bitte helft mir! Hilfe! Oh, komm! Panik, Schatz! Oh, Spinnerich wurde eingeschlossen! Ich komme nicht raus, ich bin hier drin gefangen, wegen diesen, 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 diesen verdammten Pilzen! Wie können wir helfen, Spindella? Ja, können wir irgendetwas tun? Eure Eltern sind schon los, um Schneider die Schreiner-Ameise zu holen. Hier sind wir! Hallo Leute! Ach, Krabbler sei Dank! Schneider! Schneider, ja! Verflixt und zugenäht, was ist denn hier los? Die Pilze wollen Spinnerich nicht rauslassen! Nur mit der Ruhe, Spinnerich, wir bekommen dich da raus. Mal sehen. Gut Kinder, bringt die Erwachsenen in eine sichere Entfernung. Ja, los, Krabbler! Alle mitkommen! Du auch, Spinnerich! Na, dann wollen wir mal einen Zahn zulegen. Ha! Ja! Jetzt, wer will bei meinem Pilze-Umzugsteam mitmachen? Ich will! Los, Krabbler! Ja! Pilzepacker bereit. Ja! Und ziehen! Ja! Ja! Gut gemacht! Ja! 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 Ich kann diese Tortur gar nicht in Worte fassen. Ist schon gut, mein großer, tapferer Spinnerich. Juhu! Super Erfolg, Leute! Danke! Oh, ist krass! Kinder, ich bin stolz auf euch, wie ihr alle eingesprungen seid, um Spinnerich zu befreien. Schneider sagte, ihr seid die besten Pilzepacker, mit denen sie je zusammengearbeitet hat. Oh nein! Heiliger Krabbelsack! Was ist denn hier los? Oh Gott, jemand muss einen Pilz mit nach Hause gebracht haben. Hat irgendjemand von euch etwas zu sagen? Äh, nein. Ich nicht. Auf keinen Fall! Hast du, Mami und Papi, was zu sagen, Wackel? Äh, äh. Also los, lasst euch nicht aufhalten. Okay. Auf geht's! Klar! Was für hilfsbereite Kinder. Wie recht du hast. Pilze, Pilze! Verflixt und zugenagelt, hier drüben ist noch eine Pilzzucht. Sieht so aus, als wäre der ganze Baum befallen. Das kann doch nicht alles meine Schuld sein, oder? Ich hab doch nur einen klitzekleinen Pilz mit nach Hause gebracht. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Tu's nicht, Wackel! Sie wachsen in Spalten! Sie wachsen in Ritzen! Im Rucksack sie waren! Im Haus sie jetzt sitzen! Komm zurück! Sie wachsen im Nassen, sie wachsen im Dunkeln, im Zimmer sie sprießen, in der Rinde sie sitzen. Wir haben vierte Stiele, sie kriegen Riesenhüte. Und nur wegen Wackel sind sie in unserer Hütte. Mom, Dad, das sind alles meine Schuld. Mit so vielen Sporen, zu viele zum Fangen, die Pilzlut erkommen. Sonny Pitsch wird bangen. Nein! Puh! Ich bin kein Pilz, ich bin kein Pilz. Ist alles in Ordnung bei dir, Wackel? Nein, aber sicher gleich. Mom? Wackel! Schätzchen, warum bist du noch auf? Ähm, also... Kannst du nicht schlafen? Dad, erinnerst du dich noch, als du mir gesagt hast, keinen Pilz mit nach Hause zu nehmen? Ja? Ich hab's doch getan, deshalb waren überall die Spuren, in der ganzen Kuschelhöhle und am hohlen Baum. Oh, Wackel! Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Und jetzt greifen die Pilze auf ganz Sonny Pitsch über. Und es ist alles meine Schuld. Unter den entsprechenden Bedingungen wachsen die Pilze ganz von selbst. Mom hat recht, Wackel. Du bist nicht verantwortlich für alle Pilze in Sonny Pitsch. Aber es war nicht richtig, von dir deinem Vater nicht zu gehorchen und dann noch zu flunkern. Ich weiß. Tut mir ja leid. Wirklich. Jetzt hab ich wohl Hausarresten. Ich denke, da findet sich was Besseres. Die Spinnenschnur ist fest, Schneider. Gut gemacht, Wackel. Du bist der geborene Pilz-Cowboy. Okay, und jetzt zieh, zieh. Guten Morgen. Hallo. Mom schickt euch Frühstück. Frühstück, Frühstück, Frühstück. Oh, gut. Ich bin halb verhungert. Ich hab den ganzen Morgen gearbeitet. Hm. Was ist das? Pilzsuppe. Davon gibt's tollen Hinweise. Oh, ich verzichte. Ich hab genug von Pilzen für die nächste Zeit. Und tschüss, Pilze. Geerdet. Spitzenmäßig, ihr kleinen Piekser. Ja. Juhu. Juhu. Siehst cool aus, Schwesterchen. Wem wird schon beim Windsurfen langweilig? Juhu. Mir nicht. Guck mal hier. Guck mal hier. Hopsi. Juhu. Hallo, Bono. Tag, Kumpel. Das war mal ein cooler Überschlag. Alles klar? Bono, geht's Hopsi gut? Oh, dem geht's ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Kannst du uns da draußen herumspringen und Halsen sehen? Ich habe euch nie aus den Augen gelassen. Ihr kleinen Piekser seht super aus. Allerdings wird der Wind jetzt stärker. Ich denke, wir lassen's für heute gut sein. Awww. Doch, Spratz. Du hörst besser auf deinen Bademeister. Wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Genau. Ihr Piekser lauft jetzt besser heimwärts, bevor euch der Wind noch wegfegt. Tschüss. Bis morgen dann. Bis dann, Bono. Spitzenmäßig. Beeilt euch, Kinder. Alle anderen sind schon da. Na los, mach schon. Willkommen, Mom. Oh, Mami. Ist das ein Wind. Ich bin froh, dass ihr in Sicherheit und im Warmen seid. So, alles fertig sind die kleinen Piekser morgen. Ich mach jetzt besser mal einen Flattermann. Mann, oh Mann. Was für ein Sturm. Oh. Oh. Wow. Wow. Hört euch den Sturm an. Ich hoffe, er legt sich etwas, sodass wir morgen wieder surfen können. Spitzenmäßig. Aufgezeichnet. Aufgezeichnet. Wow. Was für ein Durcheinander. Surfen fällt heute wohl flach. Ich frage mich, wo Bono hin ist. Hm. Wir fangen besser schon mal an aufzuräumen. W kadar ausgewirrend. Wa., Bono's Trillerpfeife. Hier her. Hier her. Hier her. Hier her. Hier her. Bono. Ist mit dir alles in Ordnung? Hi Kumpels. Dieser Ast hat mich eingeklemmt. Haltet durch Bono. Wir holen dich da raus. Los jetzt. Fertig. Bز. Göt. Spitzenmäßig, Kinder. Geschafft. Meine Beine sind immer noch eingeklemmt. Foto! Ups, Zeit zum Durchstart. Barry, wo sind denn deine Beine geblieben? Oh, keine Sorge, Leute. Ich bin doch eine Schnake. Unsere Beine reißen ganz schnell aus, so kommen wir leichter aus Fallen heraus. In echt? Klar. Ich komme auch mit zwei Beinen weniger gut zurecht und bin trotzdem noch der schnellste Gleiter von ganz Sunny Patch. Oh, das ist ja praktisch. Wenn ich zwei Beine verloren und ein Flügel zerknickt hätte... Ein Flügel zerknickt? Oh nein! 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 Mann, oh Mann. Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Mom! Mom! Du meine Güte! Kleiner Drache, schnell flieg los und hol den Doktor. Beeil dich! Und wie schaut's aus, Doc? Ich habe schlechte Neuigkeiten, Bono. Es tut mir leid, aber dein Flügel wird nie wieder ganz gesund. Komm schon, Doc. So ärgert man keinen Kumpel. Es tut mir wirklich leid, aber du wirst nie wieder fliegen können. Oh. Ich verstehe. Oh, Bono. Du, was macht Bono jetzt? Tja, er bleibt so lange bei uns, bis seine Verletzungen geheilt sind. Wirklich, Bono? Bleibst du? Hä? Oh. Äh, ja, Kumpel. Das wird wie im Sommerferienlager. Ja! So, wer von euch Pieksern zeigt mir jetzt, wo ich mein Nachtlager aufschlagen kann? Los, geht's ja! Und dann ist Spinnerich ausgerutscht und mit dem Po voraus klatschpatsch in den kleinen Teich gefallen. Ich wette, du bist gleich hingeflogen und hast ihn gerettet. Ich brachte ihm die Rettungsleine, aber um ihn rauszuziehen, brauchten wir sechs Mann. Wir hätten es auch mit weniger geschafft, aber Mann, oh Mann, wir haben uns totgelacht. Ich hatte eine wichtige Aufgabe, auf alle aufzupassen, aber damit ist jetzt wohl Schluss. Aus und vorbei. Uns bist du immer noch wichtig, Bono. Danke, Glimmer. Gute Nacht, Piekser. Gute Nacht, Bono. Gute Nacht, Bono. Fliegen ist ein spitzen Ding, Segeln gleiten, wegfliegen. Mann, oh Mann! Mein Herz wird lachen, das Glück ist nun weg. Jetzt sitz ich fest, am Boden fest. Ich flog in den höchsten Höhen, beim Mondlicht und im Sonnenschein. Fliegen, das war wirklich schön. Doch jetzt ist's vorbei, geerdet ich bin. Mein Flügel ist hin. Brauchst du noch irgendetwas? Nein. Mir geht's ausgezeichnet, Miss Beider. Es hat sich bloß alles verändert. Ich kann nichts mehr tun, was Krabbler normalerweise tun. Ich kann nicht fliegen, kein Essen mehr sammeln. Dinge, die für mich selbstverständlich sind, seit ich ein kleiner Piekser war. Du findest neue Wege, wie du zurechtkommst. Aber alles, was ich mochte, kann ich nicht mehr tun. Was taugt dein Bademeister mit einem schlappen Flügel? Der taugt gar nichts mehr. Psst, das stimmt doch nicht. Du musst nur neue Wege finden, um altbekannte Dinge zu tun. So wie fliegen? Mhm. Vielleicht können wir dir helfen, dass du wieder fliegen kannst. Ich will helfen. Ich kann Bono Netzerfen beibringen. Ich will ihm auch helfen. Klima fliegt toll. Kleiner Drache auch. Schon gut, schon gut. Alle Krabbler, die Bono helfen wollen, die Hand hoch. Fuß hoch, Papi, Fuß hoch. Au. Ich kann vom Glück sagen, dass ich so gute Kumpel habe. Auf die Plätze. Fertig. Aus der Ball. Juhu. Na los, Bono, los. Juhu. Das ist spitzenmäßig, Spratz. Genau wie Windsurfen. Hä? Bono. Alles in Ordnung? Schwieriger, als es aussieht, Kumpel. Du musst einfach üben, üben und nochmal üben. Ja. Also, was würdest du machen, um an diese Bären zu gelangen, Bono? Tja, Hopsi. Normalerweise würde ich einfach hochfliegen und sie abpflücken. Nur jetzt kann ich das nicht mehr. Ich auch nicht. Guck mal, keine Flügel, keine Hände, aber ich habe zwei Beine und zwei Fühler. Also, null Problemo. Mann, oh Mann. Du bist dran. Okay. Nicht so weit vor, sonst... Oh. Bist du in Ordnung? Üben, üben und nochmal üben. Hab ich recht. Du hast es erfasst. Kinder, ihr gebt euch wirklich große Mühe mit unserem Gast. Ich bin so stolz auf euch. Hm. Aber... Was ist, Schatz? Er ist ein Flugkrabbler, der unbedingt fliegen will, aber nicht kann. Wir müssen nur über eine neue Möglichkeit nachdenken, wie er wieder fliegen kann. Los, komm. Bono, hey Bono. Hier oben. Hallo. Mann, oh Mann. Spinnen benutzen manchmal Spinnfadenballons, um durch die Luft zu gleiten. Ein bisschen Heißluft und du hast wieder Oberwasser. Und die sind für dich. Für mich? Das sind zwar keine Flügel, aber du kannst damit fliegen. Und das Beste daran ist, dass Spinnfäden wasserdicht sind. Du kannst sie auch zum Schwimmen benutzen. Du kannst wie der Bademeister sein, Bono. Vielleicht kann ich das wirklich. Probier's mal aus. Wow, wow. Ja. Weiter so. Ja. Ich kann die Luftströmung benutzen, um mich nach oben und unten zu bewegen. Seht her, Freunde. Jetzt hast du den Dreh endlich raus. Spitzenmäßig, Bono. Spitzenmäßig. Ich vermisse Bono. Ich auch. Bono. Bono, Bono. Du fliegst ja. Du bist wieder da. Du bist wieder da. Jetzt können wir wieder surfen. Popsi. Wenn er loslässt, geht er unter. Zeit zum Durchstarten. Popsi, geht es dir gut? Bono hat mich gerettet, Mami. Schon wieder. Siehst du, Bono, du bist doch zu etwas Nütze. Spitzenmäßig, Miss Spider. Ja, ja, ja. Ja, ha, ha. Uh. Ja, ha, ha. Juhu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020